Musik Jo, meine lieben Friends Und willkommen hier zu Let's Play Minecraft in der 1.6.1 Und zwar starten wir jetzt mit einem Peng Und irgendwie kam keine Kugel Okay, es kam doch eine, die habe ich bloß nicht gesehen Und ich nehme jetzt auch mit auf Das lade ich auf meinen Channel hoch Und ähm Ja, wir zocken auf der 1.6.1 Also Server ist schon geupdatet Geupdatet Und ich sollte mal mir Ich sollte mal etwas futtern, weil ich bin gerade am sterben Ja Da haben wir noch ein bisschen gebratenes Hühnchen, das ist gut Ich brauche auch gerade ein bisschen was davon Ähm, was machen wir jetzt? Ich, ähm... Wir haben in einer Testwelt so ein bisschen mal rumexperimentiert Wie wir so, äh, unser Baumhaus mal so ein bisschen verschönern Oder besser gesagt, ja, weiterbauen sollen Und dann haben wir uns erstmal gesagt Jo, das machen wir erstmal runter Weil es braucht es nicht Aber nicht zu viel abbauen, gell? Ne, ne Nur diese ganze Kacke halt Okay So, normal Und äh, Toni, ist deine Erntemaschine eigentlich schon fertig? Die ist eigentlich fertig Die muss man bloß noch bepflanzen Wer macht es denn mal? Äh, da bepflanzt es ja auch schon so viel, wie wir halt hatten von Samen her Achso Ähm 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 Ich wollte uns bloß sagen, ja Wir haben jetzt leider noch kein Optifine, weil das Optifine noch gar nicht draußen ist Für diese Version Leider Ja, leider Ja, äh, ich glaub, wir machen mal ne Weißt du, was ich jetzt schon da mach? Ich geh schnell runter und mach diesen einen Raum fertig Wo ich gesagt hab, dass wir Ähm Ah ja, ja, nur die äh Dann nehmen wir hier gleich die Crafting Den Crafting-Taboo mit Wo hab ich denn eigentlich? Na egal, scheiß drauf Ähm Und Ähm So, so, so Und Tattoo Alter, es sind grad hier übelst viele Katzen unten Katzen Ja, da sind grad voll viele Katzen Das hab ich mal Thumpnail Nämlich das Aber ich kann irgendwie eh kein Thumpnail auswählen Ich kann kein eigenes Thumpnail auswählen, das regt mich voll auf Bist du Opfer? Ich bin voll kaki. Lol. Dann gehst du einfach rein. Okay. Ja, dieses Scheiß-Teil hier, das sieht so behindert aus. Welcher dieser? Diese hässliche Plattform über unserem Baumhaus. Die ist so echt scheiße. Ja, was machst du mit dir? Die müssen wir abreißen, Toni. Wenn wir die nicht besser bauen, dann müssen wir die abreißen. Wir verbessern die noch irgendwie, glaube ich. Ja, aber wenn sie trotzdem scheiße aussieht, dann machen wir die runter. Ja, aber wir machen sie auf jeden Fall kleiner. Und diesen Steg da, diesen Penis da, der um so rüber geht, wo man runterhüpfen kann, den machen wir als Ding. Den machen wir. Den machen wir aus Glas, dann sieht man den nicht so. Dann kann man nämlich trotzdem noch den Hüpfer haben. Den Hüpfer. Gut, dass wir noch so. Und dann mache ich hier unten mal so Lagerkisten rein. Nein! Aber warte mal. Wie ist denn das jetzt? Ja, das Problem ist halt, auch mit dieser neuen Version, jetzt mit dieser 1.6, ist das größte Problem einfach eigentlich die Hunger Games, weil das ist echt scheiße, weil mit dieser 1.6, da kackt die Sprinten so derbe ab. Da will man sprinten und dann dauert das erstmal eine Sekunde, bis man erst wirklich losprintet. Ja, und das ist dann zum Beispiel ein Riesen-Nachteil für so Jump-Adventure-Maps oder auch Hunger Games, wenn man gerade wegrennen will. Ja. Und das ist echt scheiße, dann. Hoffentlich kommt da irgendwie noch ein anderes Update. Update oder sowas. Oder die Server stellen irgendwie was ein, damit es dann halt anders ist. Ja, warte mal. Scheiße, ich hab so viel Krempel. Ich hab so viel Krempel in meinem Inventor. Naja. Ich mach das wieder hin. So, wenn wir jetzt mal hier so eine Doppelkiste haben. So, so. Dann hier eine. Dann hier eine. Dann machen wir den Raum noch eins nach hinten. Mami! Mein Bruder schreit. Hast du eigentlich nie deine Tür zu? Doch, ich hab sie zu, aber das ist halt so behindert. Entweder die schreien so behindert laut auf so 130 Millionen Dezibel, oder? Alter, überleg dir mal, wie laut es wäre. 130 Millionen Dezibel. Wie laut wärst du es? Höchstwahrscheinlich. Taub. Tot. 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 Der wird sich, glaub ich, vom Schalt zerquetschen. Ja. Ich hab grad, wie ich die Kacke machen soll. Ähm. Wir brauchen Holz. 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 Jetzt überlege ich gerade. Mein Hirn ist am Rattern. Don't Stöhring ist. Boah, das ist scheiße. Wie hab ich das gemacht in der Einwelt? Dieser hässliche Umstieg hier. Du brauchst doch noch ganz viel Koppel, oder? Ne, ich hab richtig viel Koppel, aber... Ich hab grad noch so eins, zwei, drei, ja, vier Stacks. Oh. Ja, ich hab auch noch ein bisschen. So, es reicht. Haben wir Monster an? Müsste eigentlich sein. Das ist schön. Alter, ich hab saubere, ich hab saubere 30 FPS. Manchmal zuckelt er so auf 29 runter, aber... Bis jetzt ist eigentlich noch kein... Warte mal. Ähm. Difficulty... Run. Ja, Schwierigkeit auf einfach gesetzt. Warte mal, geht es eigentlich? Ah, akutes Sackjucken. Cool. Cool. Lol. So, hast du... Einmal, aber einmal hab ich eckige Klammern um meinen Namen und jetzt hab ich so... Auch eckige, also so anders. Eckige. Ähm. Ja, ich überleg grad, wie ich das gemacht hab. Oh, so. Ne, ne. Das war anders. Das war anders. Ich glaub, ich hab nicht hier schon... Ich glaub, das muss noch eins nach hinten. Wie diese Scheiße. Die hat, glaub ich, erst hier angefangen. Weiß nicht. Ja, kann sein. Aber sonst wird's eigentlich nicht gehen. So. Ja, so ist besser, glaub ich. Mh, soll man... Ja. Ja, so hab ich's gemacht. So, I have it gemacht. Check. Alter, mein Maus hat... Oh, nein. Äh... Bisschen Holz haben wir ja auch noch. Wie viel Holz hast du du gerade? Ähm, ziemlich wenig, aber es reicht für... Ja. Hehehe. Ne, ich wollte das eigentlich was Koppelstum machen. Dann ist das... Dann ist das besser. So, und jetzt müssen wir halt... ...dottier machen. Hm... Hast du weckergestellt? Ne. Ne, hab ich nicht, aber wir sind jetzt ungefähr so bei... Ich schätze, so zwei Minuten. Drei Minuten. Drei Minuten. Ne, stell dann gleich einen Timer. Wir sind bei sieben Minuten. Ja. Was? Ja. Niemals. Ne, stell noch drei Minuten. Nein, es sind niemals sieben Minuten. Ich lass jetzt einfach so eine Stoppuhr laufen. Dann weiß ich immer, wann, wie dann wir aufnehmen. Hm. Nke, da machst du's. Ich nehme mal an, dass hier wird ne Werkzeugkiste also. Schau mal schick. Hm. Ich kann sie kacken und runter, den kommt alles. Da kommt alles weg, was ich dann auch schnell. Zack, 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 nein, die Axt brauch ich. Alter, wir haben so derbst viele Spitzhacken und alle sind irgendwie so angepopelt. Hm, halt gepopelt, okay. Also so ein bisschen schon mal arschgegangen ist oder so. Ja, mein ich. So, äh, jetzt muss ich überlegen. Du musst überlegen, das ist ja schon sehr schlau. Ähm. Achso, hä? Achso, da ja. Ich komme noch manchmal, komme ich hier nicht so gut zurecht. Äh, ne, keine Spitzhacke, eine Axt. Ja, und ich glaube, ihr könnt an Tonis Folge, wenn die, äh, gerendert ist oder besser gesagt, wenn die nicht irgendwie gefailt ist oder so, dann könnt ihr die auf seinem Kanal auschecken. Ich werde ihn sicher verlinken in der Videobeschreibung, wo ich's wahrscheinlich auch der erste Link, wird es sein, nach diesem Hallo Leute. Äh, obwohl, das muss ich auch mal runter machen in dieser Videobeschreibung. Einfach da vor, ähm, Kanal, äh, oder schreib... Alter, hier sind so viele Monster unten und ich schau sie so vorher an und blick's irgendwie nicht, dass sie da... Alter, ich geh gleich drauf, Mann. Hm. Der Zombie rettet mir das Leben, er stellt sich vor mich. Und geht fast drauf. Aber die Skelettis... Ach, scheiße, warum hat der Zäune? Alter, bring ich's jetzt hin? Ah, ja, hochzukommen. Ich hab sogar noch ein paar Zäune, ach, ist das geil. Sterbt ihr Kackis. Ihr Kackis. Geht alle drauf. Ja. Wie hab ich das gemacht? Das war nicht so, da hab ich... So, ich hab die Schere noch. So, ich hab's gemacht. Mami! 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 Nein, ich hab kein Zorn mehr. Wir müssen doch mal diese Scheiße hier runtertun. Nein, ich... Was mach ich hier eigentlich, Gerne? Ich setz mein Schwert anstelle von Brot. Nee, das Brot anstelle von Schwert, egal. Ah. Na, äh... Spannend. Soll ich vor noch ein bisschen Zäune? Du brauchst noch Zäune? Äh, ich hab keine... Aber in irgendeiner Küste sind noch Se... In irgendeiner Küste sind noch welche. Ja. Ich meine, krasse Deutsch. Neun. Haha. Hehehehe. Hey, hier sind wieder Werkzeuge drin. Und ich glaub, die Zäune räuchen wahrscheinlich nicht. Die räuchen. Wir haben noch Schienen. Es müsste ja Kinder gesichert sein, hier, dieses Gelände hier. Mhm. Da darf aber nix passieren. Da darf nix passieren, sonst haben wir echt ein Problem. Wir finden deine Eltern. Sonst... Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ich bräuchte Holz. Ich bräuchte Holz. Und was wir auch machen wollten, wir wollten ein Neverportal machen. Wir haben ja zehn Obsidian. Hab ich ganz vergessen irgendwie, dass wir mal das auch machen wollten. Ja, aber das machen wir mal wann anders. In der nächsten Folge machen wir das. Ja, höchstwahrscheinlich in der nächsten. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zaun hast du... Was machst du? Ich baue die Öfen ab. Weil wir nicht mehr so viel brauchen, oder was? Du kannst sie ja auch in die Wand, in die so integrieren, oder in den Boden rein. In den Boden rein wäre das auch noch geil. Ja, ich hab's. Ich weiß schon, wie wir's machen. Ja, nur mach... Ähm... Ich brauche noch... Alter, ich... Ich komme hier gar nicht klar. Ich brauche noch ein bisschen Zäune. Noch ein paar mehr brauche ich. So, was muss eigentlich hinkommen? Ich glaube, zehn Zäune wären... Würden eigentlich genügen. Genügen? Ja, das genügt. Vielleicht würden sie genügen. Und der schöne Aufgang zu diesem komischen Dings da, wo ist da? Ist fertig. Das wäre schön. Hier ist sogar ein Crafting Table drauf. Und hier ist dieser schöne Steg, der da reinführt. Und ich springe jetzt. Und ich sterbe. Leider kann ich nicht zoomen, aber... Ja, das hab ich... Oh! Oh, ich werd hier angeschossen von Skeletten. Ich weiß, dass es ist viel. Ich muss mich hier schützen. Ach! Das hat voll gut. Das kann voll gut zielen, das scheiß Gelett. Ah! Stirb. Ist dort. Ist dort. Ich kann gar nicht die Knochen aufsammeln. Scheiß aufs Frott und Fleisch. Alter, ich kriege ich... Na, kriegst du schnell Essen irgendwie weg. Das ist voll blöd. Okay. Voll blöd. Okay. Vielleicht. Okay. Äh, was mache ich eigentlich gerade? Hast du noch Redstone? Redstone? Was ist eigentlich mit dem Lagerraum? Alter, das mit den Crafting Tables sieht geil aus, echt. Ja, der Lagerraum wird noch fertig gemacht, aber ich brauch da noch mehr Holz für. Und das... Die Skelette haben mich da unten gerade von abgehalten, Holz zu machen. Äh, Holz zu holen. Ja. Ähm. Ich glaub, das wär was dann erstmal auch schon von dieser... Von dieser Folge, ja. Aber... Wir spielen mit dem Default-Texture-Pack, weil das ist ja die 1.6. Und da gibt's noch gar keine Texture-Packs oder... Oder ich weiß auch nicht, wie das geht. Resource-Pack oder wie die heißen. Resource-Pack oder sowas. Komm mal her, wir machen hier die Folge-Zeit, ne? Und ich hab auch noch keine Ahnung, wie das geht dann mit den Texture-Packen. Bleib da stehen. Okay, ähm... Okay. Alter, hör mal auf, so rumzuhampeln hier. Ähm... Dann würd ich sagen... Und, äh, Leute... Die steckt so ein Pfeil in der Brust, genau neben der Beschwerd. Alter, da muss ich ein Foto machen. Warte mal. Baba! Baba! Wie du da stehst. Baba! Okay, und, ähm... Dann würd ich sagen, warst du für diese... Folge Let's Play Minecraft. Warte, warte, warte. Wir sehen uns. Dann hinterher. Drei. Tschüss. Servus. Ciao.